Wir sind Turn- und Sportverein. Wir haben die traditionellen Sportarten, Fußball, Handball, Volleyball, Tischtennis, aber auch seit ein paar wenigen Jahren die Musikabteilung. Wir haben 15 Abteilungen, die sehr eigenständig ihr Sportangebot machen und die TSV ist so die Klammer oben drüber durch gemeinsamen Aktionen. Der Schulsport wird ja immer spezieller im Prinzip. Wir haben da viel mehr Möglichkeiten durch unsere 60 Sportangebote, die wir haben in den 15 Abteilungen. Da bieten wir den Kindern viel, viel mehr als das, was sie im Schulsport einfach mitkriegen. Badminton, Hapkido, Cheerleading, Volleyball ist nicht unbedingt im Schulsport so verankert. Bei uns gibt es die Möglichkeit, sich da breit aufzustellen, sich auch mal auszuprobieren über Schnuppertraining in den einzelnen Abteilungen, bevor man sich dann entscheidet, die eine oder andere Sportangebote tatsächlich anzunehmen. Und wenn man ein zweites Sportangebot einer anderen Abteilung mitmacht, führt das nicht zu einem zweiten Mitgliedsbeitrag. Ein großes Motto der TSV ist TSV, wir sind ein Verein.